So Freunde, mal wieder ein Video mit meiner Handycam. Ich kann leider immer noch nicht laufen, aber sobald ich laufen kann, wird sich die Qualität natürlich auch steigern. Heute mal ein wichtiges Real Talk Video. Und zwar geht es darum, warum du ein Arschloch sein solltest, um erfolgreich im Leben zu sein. Ich weiß, es ist ein kontroverses Thema, aber das Ding ist, wir leben nun mal in einer Welt, wo es anders leider nicht geht. Ich habe früher auch anders gedacht und ich halte die andere Seite für richtig, also sagen wir mal diese spirituelle Seite, die einen lernt, dass man alle lieben soll und allen helfen soll. So habe ich früher auch gedacht. Nur das Problem ist, auf lange Sicht funktioniert das nicht auf dieser Welt. Und wenn ich euch diesen Tipp gebe, ein Arschloch zu sein, meine ich jetzt nicht damit, ihr sollt Leute verarschen oder sonstiges. Ich meine damit eher, wie ihr drauf seid. Wenn ihr zu nett seid, so ist nun mal die Psychologie der Menschen. Ihr seid dann unterbewusst in den Augen des jeweiligen Menschen, zu dem ihr nett seid, eher schwach. Und in seinen Augen seid ihr leichte Beute und euch kann man leicht manipulieren. Beziehungsweise euch kann man leicht ausnutzen. Das läuft alles unterbewusst ab. Und man muss nicht ein Psychopath oder Soziopath sein, um so zu denken. Es ist einfach heutzutage in sehr, 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 sehr vielen Menschen verankert. Ihr habt es wahrscheinlich selbst gemerkt, ihr seid sehr nette Menschen, ihr seid zu jedem nett, aber ihr werdet von anderen schlecht behandelt. Ihr werdet das einfach so oft hören. Und wenn ihr mal nicht so gut drauf seid und wenn euch die anderen nicht so interessieren und ihr versucht auch nicht den anderen irgendwie zu gefallen oder nett zu anderen zu sein oder denen anderen zu helfen, dann auf einmal entwickeln sie mehr Interesse an euch. Das wird ja immer beim Thema Dating den Männern beigebracht, dieses Heiß-Kalt-Spiel. Dass man nicht nur nett sein soll, sondern auch ein Arschloch sein soll. Und so wird man für die Frauen interessant. Und viele denken, dass es nur bei den Frauen so funktioniert. Aber wir sind Menschen, egal ob Frau oder Mann. Das, was bei den Frauen funktioniert, funktioniert auch bei den Männern. Das wissen sehr viele nicht. Wenn du bei einer Frau den Unerreichbaren spielen sollst, was bei vielen sehr gut funktioniert und ich kann da aus meinen früheren Erfahrungen sprechen, dann wird sie viel mehr Interesse an dir haben. Es ist Fakt. Statt wenn du versuchst, ihr zu gefallen und wenn du einfach zu nett bist und wenn du alles für sie tust und wenn du dich ständig bei ihr meldest, dann wird ihr Interesse an dir immer weiter senken. Das habe ich früher sehr stark bei mir gemerkt. Ich habe euch ja erzählt, ich war früher so ein kleiner Star in meiner Stadt. Ich war sehr bekannt auf der Plattform SchülerVZ. Auch wenn man es heute vielleicht nicht glaubt, standen damals sehr viele Frauen auf mich. Und ich hatte auch mit sehr vielen Frauen Kontakt, mit sehr vielen. Und was ich damals immer wieder nicht verstanden habe, ist, sie wollten alle was von mir. Also wirklich übertrieben. Es gab Frauen, die waren wirklich krank nach mir und hatten Bilder von mir in ihrem Zimmer. Das ist alles keine Lüge. Nur das Ding ist, sobald ich mit denen in Kontakt kam und wir länger geredet haben, habe ich gemerkt, dass deren Interesse immer weiter schwindet. Und ich habe immer nicht gecheckt, warum. Ich dachte mir, hey, ich verstehe nicht, die wollen was von mir. Die melden sich bei mir, die schreiben mich an, die treffen sich mit mir, die telefonieren mit mir. Und am Ende sind die diejenigen, die mir einen Korb geben. Ich habe die Welt einfach nicht mehr verstanden. Und ich war auch richtig frustriert. Also es ging so oft einfach in die Hose. Bis ich irgendwann ein Buch las, in dem halt über dieses Heiß-Kalt-Spiel was drin stand. Und dann habe ich halt seitdem mich sehr viel mit Pick-up beschäftigt und diesen ganzen Dating-Sachen. Und dann habe ich das Ganze angewendet. Und die wichtigste Sache davon, die ich euch jetzt verraten kann, ist halt dieses Heiß-Kalt-Spiel. Und was viel wichtiger an der Sache ist halt, ist das Arschloch sein. Weil nett sein ist halt nicht das Problem bei den Leuten, bei denen das mit den Frauen nicht klappt. Aber ein Arschloch zu sein, fällt sehr vielen schwierig. Und irgendwann habe ich natürlich diese Charaktereigenschaft an mir entwickelt, ein Arschloch zu sein. Aber das Ganze eher spielerisch, auf humorvolle Art und Weise und lustige Art und Weise. Ich habe immer den Frauen den Eindruck gemacht, dass sie mich nicht interessieren. Und immer halt Witze über sie gemacht und sie ein bisschen verarscht. Aber gleichzeitig war ich auch sehr sympathisch und nett. Und das hat halt wirklich die Frauen verzaubert. So, der Fehler an dem Ganzen war aber, dass ich dachte, dass es bei den Männern nicht so ist. Also, dass das nur für die Frauen gilt. Und die Männer, mit denen ich was zu tun hatte, also natürlich nicht auf sexuelle Art und Weise. Übrigens, ich habe nichts gegen Schule. Ich selbst bin halt nur hetero. Die Männer, mit denen ich was zu tun hatte, egal ob freundschaftlich, auf der Business-Ebene oder einfach nur irgendwelche flüchtige Bekanntschaften. Wenn ich nett zu denen war, dann haben sie den Respekt langsam vor mir verloren. Es ist einfach so. Und ich habe so vieles Gutes für die getan. Und trotzdem war das so. Diesen Fehler habe ich halt immer weitergemacht, weil ich in meinem Kopf hatte, hey, das gilt einfach nur für die Frauen und nicht für die Männer. Weil ich es halt damals so in den Büchern gelernt habe. Da stand nichts davon, dass es bei den Männern nicht funktioniert. Es war einfach nur immer von den Frauen die Rede. Und ja, es ging halt immer so weiter. Ich habe mir so viele wichtige Beziehungen in meinem Leben kaputt gemacht. Und ich sage nicht, dass die ganzen Menschen schlecht sind, mit denen ich was zu tun hatte. Und die sind die Schuldigen und ich bin hier der Gute. Das sage ich nicht. Mein Verhalten war einfach nur falsch. In Anführungszeichen falsch. Was ich für richtig hielt, funktioniert halt nun mal nicht. Das, was funktioniert, ist halt nun mal ein Arschloch zu sein. Beziehungsweise eine Mischung davon. Eine Mischung aus einem netten Kerl und eine Mischung aus einem Arschloch. Und diese Leute werden am meisten geschätzt. Beobachtet das mal. Egal ob auf eurem Arbeitsplatz, in eurer Schule, in eurer Uni, in eurem Freundeskreis, in eurer Familie. Egal wo. Beobachtet das mal. Und euch wird es meistens auffallen. Natürlich nicht immer. Ausnahmen beschädigen die Regeln. Die Arschlöcher sind die, die bewundert werden. Und die Arschlöcher sind meistens die, die besondere Vorteile genießen. Es ist einfach Fakt und es ist einfach Psychologie. So funktionieren die Menschen. Ich habe noch bis zum letzten Jahr diesen Fehler immer wieder gemacht. Die Beispiele, die jetzt alle sehen konnten, die jetzt nicht im Hintergrund abliefen, waren zum Beispiel mit den YouTubern. Und gegen diese YouTuber habe ich jetzt nichts. Wie gesagt, ich sage nicht, dass diese Menschen schlecht sind. Ich sage nur, dass die Menschen einfach so funktionieren. Zumindest die meisten. Ich habe einfach so vielen YouTubern geholfen. Wirklich jeder, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat so massiv an Abonnenten gewonnen. Natürlich werden die abstreiten, dass es wegen mir war. Aber ist es ein Zufall, dass wirklich jeder, der mit mir zusammengearbeitet hat, jetzt sehr viele Abonnenten hat? Ist es ein Zufall? Ich sage nicht, dass sie alle ihre Abonnenten durch mich haben. Ich sage nur, dass der Push damals erheblich war für deren Erfolg. Das ist das, was sie nicht verstehen wollen. Ich habe auch mit einem von denen gesprochen und er wollte einfach das ganz klar von sich weisen und meinte, ich hätte nichts damit zu tun. Und er macht doch heute hundertmal mehr Aufrufe als ich. Überlegt mal, Menschen, denen ihr geholfen habt, die unter 1000 Abonnenten hatten, die unter 5000 Abonnenten hatten, unter 3000 Abonnenten und so weiter. Es waren ja mehrere, die wollen das jetzt so darstellen, beziehungsweise einer von denen, dass meine Hilfe quasi nichts wert war. Nicht ganz direkt, natürlich haben die irgendwo Danke gesagt, coole Sache, aber das war es auch schon. Und ich habe auch Videos auf deren Kanälen gemacht und natürlich auch Abonnenten bekommen. Nur, für wen ist es wichtiger? Für jemanden, der bereits eine solide Anzahl von Abonnenten hat und der schon gewachsen ist? Oder für jemanden, der quasi erst gerade angefangen hat vor kurzem? Für wen sind diese Aufrufe, die man da bekommt, viel wichtiger und viel relevanter? Weil die denken, okay, der hat jetzt auch ein Video auf meinem Kanal gemacht und die Sache ist abgeschlossen. Bei manchen habe ich ja nicht mal ein Video auf deren Kanal gemacht überhaupt. Ich habe quasi nur gegeben. Überlegt mal, Freunde. Ich habe nur gegeben, ohne irgendetwas zu verlangen. Und der Dank ist am Ende, dass man sagt, du hattest nichts mit meinem Erfolg zu tun. Und ich denke, das würden die anderen auch tun, mit denen ich jetzt nicht darüber gesprochen habe. Also mehrere YouTuber, die krass gewachsen sind, bei denen hat das nichts mit mir zu tun, sondern es war rein zufällig. Und die anderen tausend YouTuber, die es auch in derselben Nische versuchen, die aber niemanden haben, der ihnen hilft, die versuchen es monatelang, jahrelang und können nicht wachsen. Obwohl die Qualität der Videos mindestens genauso gut ist, wie von denen, denen ich geholfen habe. Aber gut, das ist ja nur ein Zufall, dass alle YouTuber, mit denen ich zusammengearbeitet habe, krass gewachsen sind. Nur ein Zufall. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ah, schau mal, wie viele Aufrufe machst du denn jetzt? Und genau das ist ja das Ding. Jetzt mache ich sehr wenig Aufrufe, ja. Ich habe über 50.000 Abonnenten, aber meine Videos werden ca. 10.000 bis 15.000 Mal auf YouTube gezeigt. Das nennt sich auch Impressionen und das kann man seit diesem Jahr auf YouTube nachschauen. Das liegt daran, dass ich eine längere Pause gemacht habe. Und diese längere Pause habe ich gemacht, weil es mir schlecht ging. Wie ich euch gesagt habe, leide ich aufgrund meiner Genetik und aufgrund meiner harten Vergangenheit an Depressionen. Ich muss jeden Tag damit kämpfen, damit sie nicht mein Leben kontrollieren. Also jeden Tag arbeite ich hart an mir, damit ich mein Leben bewältigen kann. Und das habe ich auch in einem Video wirklich sehr ausführlich erklärt. Die Leute, denen ich dir jetzt geholfen habe, wissen auch, dass ich es jetzt schwer habe. Und dass der YouTube-Algorithmus mich für diese längere Pause bestraft hat. Und statt, dass sie mir irgendwie von sich aus helfen, weil ich denen damals geholfen habe, ihre heutige Karriere aufzubauen, kommt dann nichts. Und wie gesagt, Freunde, ich möchte jetzt nichts gegen diese ganzen Leute haten. Und ich erwähne hier auch keine Namen. Ich sage auch nicht, dass es schlechte Menschen sind. Ich sage nur, es waren einfach nur so viele hintereinander, denen ich geholfen habe. Aber wo ich mal Hilfe brauche, da sind die Leute weg. Und ich habe denen vom Herzen geholfen, ohne irgendetwas dafür bekommen zu wollen. Und so funktioniert nun mal das Leben. Und ich habe halt nach einer Zeit einfach beschlossen, ich arbeite mit niemandem zusammen. Die Leute, die mit mir noch zusammenarbeiten wollten, denen habe ich auch leider abgesagt. Es war mir einfach zu viel. Ich sage euch ehrlich, ich war enttäuscht. Und das Ding ist halt, dass die Leute am Anfang zu mir so nett waren. Und ich war einfach zu leichtgläubig, beziehungsweise zu gutgläubig, um Rapport aufzubauen, um Kontakt aufzubauen, um Vertrauen aufzubauen. Und irgendwann kam dann halt die Anfrage zur Kooperation. Und ich habe mich einfach quasi darauf verlassen. Ich dachte, oh, das sind nette Leute. Obwohl ich mich mit der Psychologie so gut auskenne. In den Momenten habe ich es quasi komplett ausgeblendet. Alles, was ich weiß. Und komischerweise, nachdem ich diesen Leuten geholfen habe, da kam kein einziger Kommentar mehr von denen. Kein einziger. Von zwei, denen ich geholfen habe, kamen ab und zu mal Kommentare. Aber der Rest gar nicht mehr. Und der Rest hat sich auch sonst nie gemeldet. Und so funktioniert das. Das ist halt die Wahrheit. Ich wollte euch einfach nur mit meinen Beispielen, die in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, verdeutlichen, dass es einfach so ist. Und das ist nicht nur meine Erfahrung. Das ist Erfahrung vieler Menschen. Und vieler, die ich persönlich gecoacht habe. Ihr könnt ja auch eure Erfahrungen in den Kommentaren schreiben. Wie ist es bei euch? Hat es was gebracht, dass ihr zu Menschen immer sehr nett wart? Immer alles getan habt? Immer liebevoll wart? Wie viel hat es euch im Leben gebracht? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass ihr scheiße sein sollt zu Menschen. Ihr sollt einfach nur sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn irgendjemand nett ist, heißt nicht, dass es ein guter Mensch ist. Viele YouTuber geben sich auch so nett aus. Und Leute lieben sie aufgrund ihrer Maske. Sie verstellen sich total, aber die Leute denken, dass es sie sind. Und auf einmal, wenn sie von diesen YouTubern auf der Straße gesehen werden, werden sie abgeblitzt. Und die Leute sind dann verwirrt und denken, er ist doch eigentlich ein netter Typ. Und das ist halt das Problem. Lasst euch nicht täuschen. Ich zum Beispiel bin oft sehr direkt und halt nicht nett in meinen Videos und auch oft in den Kommentaren. Ich sage einfach meine Meinung. Ich bin so, wie ich bin. Aber viele sind es halt nun mal nicht. Passt einfach auf allgemein in eurem Leben. Jeder, der etwas von euch möchte, wird doch am Anfang nett sein. Das ist verständlich. Fallt nicht drauf rein. Weil dieses Gefühl der Enttäuschung ist einfach nicht schön. Problem ist dann, ihr helft den Menschen vielleicht, aber dann, wenn ihr Hilfe braucht, ist dann niemand von denen mehr für euch da. Also Freunde, das ist meine Message an euch. Macht das Beste draus. Konzentriert euch auf Leute, die euch wirklich lieben. Auf eure Mutter, Vater, Schwester, eure besten Freunde, eure Freundin, euren Freund, eure Ehefrau, euren Ehemann. Die Leute, die euch wirklich sehr nah stehen. Passt aber bei Fremden auf. Denn die Fremden bleiben auch später sehr oft weiterhin Fremde. Sehr wenige von denen werden zu Freunden und es ist wirklich sehr selten, dass es passiert. Außer man ist wirklich gutgläubig und lässt sich quasi weiterhin melken und ausnutzen. Ich habe bereits 26 Jahre lang auf diesem Planeten gelebt. Vertraut nicht jedem. Seid misstrauisch. So kommt ihr besser im Leben voran. Auch wenn es, wie gesagt, nicht schön klingen mag und auch nicht in euer Weltbild passt. Aber es ist die Wahrheit. Ich wollte es früher auch nicht akzeptieren und wurde verarscht. Und wie gesagt, verarscht zu werden und enttäuscht zu werden, ist kein schönes Gefühl. Scheißt einfach auf alle anderen. Und konzentriert euch auf euch selbst, auf eure Familie, auf die nächsten Menschen in eurem Umfeld und scheißt auf die anderen. Seid hart, sagt eure Meinung, seid ruhig mal Arschlöcher und ihr werdet sehen, wie viel mehr Respekt ihr dann bekommen werdet. Natürlich sollt ihr auch eure Grenzen kennen und Feingefühl haben bei dem Ganzen. Seid hart, denn wir leben in einer harten Welt, wo jeder nur an sich selbst denkt und wo jeder ein Egoist ist. Wenn ihr aber meint, dass ihr nicht stark genug dafür seid, um jemandem die Meinung zu sagen oder einfach man selbst zu sein, dann empfehle ich euch mein kostenloses E-Book, die Selbstbewusstseinsformel, 10 Schritte zum großen Selbstbewusstsein. Das E-Book ist komplett kostenlos und der Link zu dem E-Book ist unten in der Beschreibung. In diesem E-Book verrate ich euch die 10 Schritte, mit denen ich es geschafft habe, von einem sehr schüchternen Jungen zu einem selbstbewussten Mann zu werden. Ladet euch kostenlos das E-Book jetzt runter. Wenn ihr mehr Infos von mir erfahren wollt und auf dem aktuellsten Stand bleiben wollt, dann addet mich auf Instagram. Meinen Instagram-Namen seht ihr gleich hier und unten in der Beschreibung. Also Freunde, die Links zu den sozialen Medien sind unten in der Beschreibung. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und klickt auf die Glocke, was sehr, sehr wichtig ist, damit ihr meine Videos nicht verpasst. Wir sehen uns in dem nächsten Video und bis dahin. Peace.